Im weißen Rössler-Walkangsee, da steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein, mal die Musik spüßt, hoi, drei, oh. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein, so wie nirgendwo. Einmal D komplett, ein Gesicht so nett, ein kleines Bier, zehn Schillingbier, ein Kaiserschmorn führen. Herr Baron, bitte sehr, bitte gleich, ich komm ja schon. Bitte sehr, bitte gleich, ich komm ja schon. Was ist denn, hat das denn noch zu eilig? Ich bin ja schon da. Herr Leopold, fünf Oberkellner habe ich gehabt, zeitweise Rössl geerbt habe und alle fünf habe ich entlassen müssen. Und wissen Sie warum? Nein, warum? Weil Sie mir dieselben verliebten Kalbsaugen gemacht haben wie Sie. Kalbsaugen? Fahren Sie fort, Herr Rechtsanwalt Dr. Anders? Ja, eben nicht anders. Sondern ganz anders. Ich heiße Siedler. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt, wenn ich an diesen Dr. Siedler, den verfluchten Schweinehund bloß denke. Bitte, den dreimal verfluchten Schweinehund? Verfluchten Schweinebraten mit Sauerkraut? Da haben Sie eins. Was war denn das? Eine heiße Josefa mit Vanilleein. Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden. Wissen Sie, diese komische Pflanze braucht besonders viel Wasser. Und jetzt wollen wir auch unser Wiedersehen begießen. Du, das ist aber ein ganz großer Boma. Das wäre aber schon meine Sammlung. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Und wenn bei diesem Mann die Schönheit ein Versehen ist? Was kann denn er dafür, dass man ihm alles gibt? Das wäre doch toll. Zuschauen kann ihn nicht, Zuschauen mag ihn nicht. Das ist ja unglaublich! Jetzt horchen Sie auch noch! Nochmal und Sie fliegen! Sie haben einen Sekt bestellt, bitte? Ach, das ist längst überholt. Bringen Sie Gift für zwei Personen. Ich erreiche nämlich meinem Klärchen zum Bund fürs Leben die Hand. Ah! Diese Hand werde ich hier wohl kaum mehr erreichen können. Und Angebetete, lassen Sie mich an Ihrem Busen ruhen. Wenigstens einmal in der Woche. Nein, das ist schlecht. Zweimal in der Woche ist besser. Zweimal in der Woche? Bieten Sie vielleicht ein, Sie wären die Frau Doktor! Also ich verbiete... Ruhe! Jetzt rede ich und sonst niemand! Aber Herr Brandmeier... Ich habe mich zum Narren machen lassen, jawohl! Zum Hofnarren der Rösselwirtin! Feuer! Dann lässt Wasser marsch! Das Fick! Lauf doch noch einmal! Das geht doch! Musik! Musik! Im Weißen Rössel. Die weltberühmte Operette nach Eric Scharells im Weißen Rössel. In großer und moderner Aufmachung, garniert mit zündender Musik und sprühendem Humor servieren Ihnen. Der Oberkellner Leopold, Peter Alexander. Die Rösselwirtin, Waltraud Haas. Karin Dohr, Adrian Hoffen, Estée Lablin und Gunther Philipp. Zwei Stunden befreiendes Lachen und köstliche Ferienlaune erwarten Sie im Weißen Rössel. Im Weißen Rössel am See. Diesen großen Musikfilm dürfen Sie nicht versäumen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020